Schönen guten Morgen Leute, hier ist euer Triple M, nach Schöneweide, ins Orange Fit, werde mit Marcel heute ein bisschen die Beine drangsalieren, weil er mir nicht glauben kann, dass ich das letztes Mal in der Beinpresse 590 Kilo gemacht habe. Ja, werden wir mal sehen, Hackenschmidt bin ich leider überhaupt nicht gewohnt, daher etwa eine kleine Umstellung für mich, aber warten wir mal ab, wer hier der Chef ist. Ja, wir beide bereiten uns hervor auf den 29.04. Volkshaus Wildau, nicht vergessen, vorbeikommen ist Pflicht, unterstützen ist Pflicht und würde mich sehr darüber freuen und natürlich könnt ihr auch Fotos mitmachen, wenn ihr Bock habt. Ja, gut, dann sehen wir uns gleich, leider ist hier gar nicht mehr so schönes Wetter, komisch, in Brandenburg scheint die Sonne, in Berlin ist alles verwelkt, schade eigentlich, gut, bis gleich. Vielen Dank. 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 ... Und von vorne spannst du die an, da wirken die wie, als wenn du kleine Hamster-Oberschenkel hast. Ganz komisch bei dir. Hier, wenn er so entsteht, wa? Das wirkt erst richtig, wenn die richtig geteilt sind. Ja. So stehst. Ja, da wirken die richtig stimmt. Ist der nie auch in den Hosen? Ja, echt, ja. Sieht auch in den Hosen. Nee. Guck mal, was war hier schon in den Kiesel? Ja, aber die sehen von vorne auch jener aus wie von der Seite. Ja, das stimmt, ja. Ja, das stimmt, ja. Komisch. Bodybuilder, ja. Die Riege des Bodybuildings. Das heißt, die Hardcore-Service-Tistik. Ja. Ich trainiere immer hier jetzt, woanders, ich bin doch umgezogen. Wie ist der?